Hallo und herzlich willkommen zu GetToTheKeyboard und Venient.eu mit mir Azureich. Diablo 3, dieser Begriff ist derzeit überall zu lesen, zu hören und jeder ist in Aufruhr und Millionen warten gespannt auf den 15. Mai. Doch du verstehst überhaupt nicht, warum alle so gehypt sind, mit Diablo 3 kannst du nichts verbinden und hast keinen Plan, wovon alle reden, dann solltest du wirklich die nächsten Minuten nicht verpassen, denn ich erkläre von Grund auf an, was Diablo 3 ist und warum zum Teufel die Hölle Mitte Mai ausbrechen soll. Die 3 fällt uns aber direkt ins Auge. Habe ich nun die ersten beiden Teile wohl aufverpennt? Anscheinend ja. Denn in der Tat gab es zwei Vorgänger, Diablo 1 und Diablo 2. Diablo 1 erschien in Amerika im Dezember 1996 und wurde zusammen mit dem 2000 erschienenen Diablo 2 zu einer unglaublich erfolgreichen Spiele-Serie von Blizzard Entertainment. Was ist nun Diablo 3? Diablo 3 ist ein Hackenslave von Blizzard Entertainment, welches 2008 angekündigt worden ist. Als Info nebenbei, Hackenslave ist ein Genre, welches eigentlich dem Rollenspiel entstammt, aber sehr stark auf den Kampf ausgerichtet ist, also wirklich sehr sehr stark. Im Falle von Diablo 3 kämpft man nun in Vogelperspektive mit einem Helden, den man selbst steuern darf und maximal drei weiteren menschlichen Spielern gegen Massen von Gegnerhorden durch teils zufalls generierte Gebiete in der fiktiven Welt Sanktuario. Dabei stehen in fünf unterschiedliche Charakterklassen diverse Zauber und Fähigkeiten und unglaublich viele Waffen und Rüstung zur Verfügung, um dies zu bewältigen. Aber wollen wir uns mal das allgemeine Gameplay genauer anschauen. Ich steuere also einen Helden, bewege mich mit der linken Maustaste, mit der ich aber auch gleichzeitig angreifen kann, sobald ich einen Gegner anvisiert habe. Dabei macht mein Held alles automatisch, ich kann mit der linken Maustaste einfach über den Boden fahren und bewege mich dann eben an diese Stelle hin oder greife eben diesen Gegner an. Ebenfalls besitze ich Fähigkeiten auf der rechten Maustaste und auf den Nummern 1 bis 4. Die Steuerung ist also sehr simpel gehalten. Rollenspieltypisch kann ich nur meinen Helden aufleveln und stärker werden. Erfahrung bekomme ich durch Gegnerkloppen und Quests, die es natürlich ebenfalls in dem in vier Akten unterteilten Spiel gibt. Das Finden von Gegenständen macht einen der großen Reize an Diablo aus. Man bekommt wirklich überall Ausrüstung. Gegner droppen diese, man findet sie in Truhen, sogar schmieden kann man sich welche, aber dazu komme ich noch später. Das Besondere ist, die Stats auf den Items sind zum allergrößten Teil zufallsgeneriert, auch die der starken Items. Ich kann wie gesagt das Spiel mit drei weiteren Leuten im Battle.net zusammen spielen. Die Gegner werden dann stärker, aber es bleibt trotzdem immer fair. Sollte es euch dennoch zu leicht sein, gibt es noch mehrere Schwierigkeitsstufen zur Auswahl. Der letzte soll aber wirklich sehr schwer sein, wartet aber auch mit besonderen Belohnungen auf die Spieler. Komme ich einmal auf die Gegner selbst zu sprechen. Ihr werdet Dutzende auf einmal antreffen und diese aber auch mitunter in Sekundenschnelle töten. Die Masse der Gegner ist dumm und hat keine besondere KI oder Fähigkeiten, außer vielleicht Blocken oder ähnliches. Hier und da gibt es stärkere Gegner oder Gegnergruppen mit besonderen Fähigkeiten, die auch unter den Namen zu erkennen sind, wie Teleportation oder Stun. Diese sorgen schon mal für etwas Abwechslung im Gefecht. Außer kleinen Zwischengednern gibt es dann auch wirkliche Bosse, die mehrere Fähigkeiten besitzen und für die man sich auch mal eine Strategie zusammenlegen muss. Gerade im höheren Schwierigkeitsgrad sind diese wirklich harte Brocken. Unsere Gesundheit regeneriert sich normalerweise nicht automatisch, dafür gibt es sogenannte Heal-Orbs, die von den Gegnern gedroppt werden können und uns für einen bestimmten Betrag heilen. Sollte uns das nicht genug helfen, stehen hier und da noch sogenannte Schreine und Brunnen herum. Schreine gewähren uns und nahe Verbündete einen temporären Buff bei Aktivierung, Brunnen stellen uns und der Gruppe die Lebenspunkte wieder her und füllen sich nach einiger Zeit wieder auf. Diablo 3 eignet sich hervorragend für einen gemütlichen Abend mit Freunden, da man nicht hochkonzentriert davor sitzt und es gerade mit Kollegen sehr viel Spaß macht. Wer auf spielerisch hohen Anspruch hofft, wird hier leider enttäuscht. Höchstens im letzten Schwierigkeitsgrad könnte es wirklich knifflig werden. Nachfolgend möchte ich nun auf einzelne Spielelemente eingehen und euch im Anschluss mit den Klassen vertraut machen. Das Skill-System. Das Skill- oder Fertigkeiten-System ist von Grund auf anders wie in Diablo 2 und stieß sowohl auf viel negative Kritik als auch auf Zuspruch. Es funktioniert so, dass ihr mit einem bestimmten Level eine vorgeschriebene Fähigkeit dazu bekommt. Es gibt aktive als auch passive Fähigkeiten. Ihr könnt diese also nicht leveln, keine Punkte setzen oder ähnliches wie man es vielleicht aus anderen Rollenspielen gewohnt ist. Um Abwechslung reinzubringen gibt es das Runen-System. So könnt ihr euren Fähigkeiten jeweils eine von mehreren Runen zuordnen, die die Fähigkeit in eine gewisse Art und Weise, teils sehr unterschiedlich, verstärken. Anstelle sich große Gedanken um die richtige Skillung zu machen, ist es nun wichtiger zu entscheiden, welche Fähigkeiten ich für welche Situation auswähle und welche Rune dazu passen würde. Das Auktionshaus. Ja, auch ein Auktionshaus gibt es in Diablo 3. Stellt es euch erst mal genauso vor wie in World of Warcraft oder anderen Rollenspielen. Ihr könnt für Gegenstände aller Art bieten, die sie direkt kaufen oder selbst etwas einstellen. Doch jetzt kommt etwas wirklich einzigartiges. Diablo 3 führt ein Echtgeld-Auktionshaus ein. Hier könnt ihr wirklich mit eurem Battlenet-Guthaben Ingame-Gegenstände kaufen und verkaufen. Dies soll den Handel über Dritte mit echtem Geld unterbinden, wie es in Diablo 2 in ziemlich großem Stil der Fall war. Auf jeden Fall zu bemerken sei, ihr müsst es nicht nutzen, wenn ihr nicht wollt und einen Nachteil habt ihr auch nicht. Das Crafting. Gegenstände könnt ihr in Diablo 3 auch selber herstellen, beziehungsweise nicht ihr direkt, sondern zwei verschiedene Handwerker. Der Schmied und der Juwelier. Beide Handwerker können aufleveln, indem ihr eine gewisse Summe Gold und später auch Materialien in sie investiert. Der Schmied kann allerlei Rüstungen und Waffen für euch herstellen. Die kosten Gold und ihr benötigt bestimmte Materialien, die ihr durch seltenere Gegenstände bekommt, wenn ihr diese wiederum verwerten lässt. Der Juwelier ist, wie der Name schon vermuten lässt, für Edelsteine alle Art zuständig und stellt sie euch her, lässt sie euch kombinieren oder wieder aus Gegenständen entfernen oder fügt erstmal nötige Sockel euren Gegenständen hinzu. Die Begleiter. Sanctuario ist eine gefährliche Welt und allein umherzustreifen ist nicht immer die beste Idee. Aus diesem Grund habt ihr die Möglichkeit im Laufe des Spiels auf drei Begleiter zu treffen, von denen euch einer aktiv im Kampf zur Seite stehen kann. Zur Wahl stehen der Templer, der Schuft und die Zauberin. Diese haben selbst unterschiedliche Fähigkeiten und können auch aufleveln. Ebenso könnt ihr sie mit Waffen, Schmuck und einem begleiterspezifischen Gegenstand ausrüsten. Sollte der Begleiter im Kampf zu viele Lebenspunkte verlieren, setzt er für eine bestimmte Zeit aus, kämpft aber anschließend munter wieder weiter. Das PvP. Ja, PvP gab es und leider, ja, spreche ich in der Vergangenheitsform, denn aus Zeitgründen hat Blizzard die PvP-Komponente erstmal gestrichen. Diese soll aber nachgereicht werden, wenn sie den Ansprüchen der Entwickler entspricht. Geplant waren richtige Arenen und Ranked Matches. Nun möchte ich noch zu den Klassen kommen. Es gibt fünf verschiedene Klassen in Diablo 3, den Barbaren, den Dämonenjäger, den Mönch, den Hexendoktor und den Zauberer. Beim Erstellen der Klasse könnt ihr euren Charakter nicht vom äußeren Handy visualisieren, nur das Geschlecht dürft ihr festlegen. Jede Klasse besitzt einen speziellen Ressourcenpool für Fähigkeiten, zum Beispiel Wut beim Barbaren oder Mana beim Hexendoktor, aber dazu komme ich beim genaueren Betrachten der Klassen sowieso noch. Ich fange mit dem Barbaren an. Der Barbar ist eine brutale Nahkampfklasse, ausgerüstet mit schwerer Rüstung und großen Waffen zerschmettert er seine Feinde mit purer Gewalt. Sein Spielstil ist schnell und brachial. Als Ressource verwendet er Wut, welche sich bei eingestecktem und ausgeteilten Schaden erhöht und für aktive Fähigkeiten gebraucht wird. Nach kurzer Zeit wird die vorhandene Wut langsam abgebaut. Der Dämonienjäger versteht sich auf den geschickten Fernkampf mit der Armbrust oder Pfeil und Bogen. Zudem hat er noch allerlei hinterhältige Fähigkeiten parat, kann gut ausweichen, für kurze Zeit unsichtbar sein und diverse Feinden legen. Er hat gleich zwei Ressourcen, Hass und Disziplin. Hass ist eher für schnelle Fähigkeiten im Fernkampf, Disziplin, welche auch nur langsam wieder auflädt, für besondere Fähigkeiten wie die Fallen. Der Mönch ist ebenfalls eine pure Nahkampfklasse und setzt auf schnelle, waffenlose Angriffe. Außerdem kann er seine Verbündeten unterstützen und sogar heilen. Als Ressource verwendet er Geisteskraft, die sich mit bestimmten Angriffen aufbaut und für andere wiederum verwendet wird. Geisteskraft ist statisch und wird weder automatisch auf, noch abgebaut. Der Hexendoktor kann diverse verbündete Kreaturen beschwören, eure Gegner vergiften oder ihnen auf anderen Ebenen schaden bzw. sie außer Kraft setzen. Er selbst greift dabei eher weniger ins Kampfgeschehen ein. Er ist auch die einzige Klasse, die Mana als Ressource verwendet, die genauso funktioniert wie in anderen Spielen. Mana baut sich nach und nach von alleine wieder auf, aber der Hexendoktor verfügt zusätzlich über wichtige Fertigkeiten, mit denen er seine Reserven wieder auffüllen kann. Die letzte Klasse, die ich euch kurz vorstellen möchte, ist der Zauberer. Er greift mit Elementarzaubern an und sieht halt ordentlich aus, kann sich aber auch mit Magie schützen. Als Ressource verwendet der Zauberer Arcan-Kraft. Sie verhält sich ungefähr wie Mana, regeneriert dabei aber schneller. Ja, das war's dann auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, es konnte euch einen guten allgemeinen Einblick in das kommende Diablo 3 bieten und ich denke mal, ihr könnt jetzt auf jeden Fall mitreden. Wenn ihr weitere Eindrücke sammeln wollt, schaut auf unseren YouTube-Kanal vorbei. Dort findet ihr Gameplay-Videos zu allen Klassen und mehr. Schaut außerdem weiterhin vorbei auf gttk.de und valium.eu für mehr Diablo 3 Content, News und Guides. Ich sag dann einfach mal bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.